Swip, Swip. Nein, auf das Niveau lasse ich mich ganz sicher nicht ab. Willkommen zu einer neuen Folge von The Cry 4. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es geht weiter, weiter, weiter. So, meine kleine Info war weg. Wer mich mal in Real Life sehen möchte, der möge doch bitte auf den Kanal von dem da Frankie gehen. Der ist unten in den Links, ja, unten in der Beschreibung verlinkt. Und da ist jetzt schon ein Video oben, oder auch nicht, auf jeden Fall, wenn noch nicht, dann in der nächsten Nähe. Da sieht er dann mich mit da Frankie in einem Vlog. Nur so, wen es interessiert. Da Frankie ist der Typ, der eigentlich keine Aufrufe verdient hätte, aber jetzt hat er einen verdient, nur weil ich dabei bin. Nee, nee, genau, da könnt ihr mal reingucken. Ich gehe jetzt hier zur Amita und mache diese Mission, die sie hier will, von mir, die ich machen soll. Ich schlachte erstmal hier die Basten hier. Gibt gutes Karma. Ja, so. Fuck, einen Moment, ich muss dieses... Was soll für das Rauschen? Ich habe so einen improvisierten Puschel an meinem Herzen dran. Im Prinzip ist es so ein Wattebäuschen mit so einem Kabelbinder und, ja, sieht richtig bescheuert aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Hatte er jetzt einen anstrengenden Tag hinter mir, aber das hält mich natürlich nicht ab, Videos zu machen. Genau, schauen wir mal, was die Amita von uns will, die Aldeho. Ja. Ja. Alles gut, ich verspreche's dir. Sabal ist fort, du bist sicher. Keine Tarun Matara mehr. Bringen sie zum Camp. Wir wissen nicht, wo Sabal ist und ich traue ihm nicht. Was ist denn mit Sabal? Nicht jetzt. Wir haben andere Sorgen. Hagan will Utkash mit seiner Artillerie angreifen. Dazu darf es nicht kommen. Zerstöre die Kanonen, bevor sie Utkash von der Karte radieren. Okay. Irgendwie hat das ganze Spiel so einen Grünstich irgendwie. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf YouTube aussieht, aber bei mir sieht es auf jeden Fall so aus. Ganz eigenartig. Vor allem, wenn es dunkel ist. So, wo ist Utkash? Woher? Hä? Ach, da. Habe ich irgendwie ein Heli oder sowas? Frechheit. Nichts. Okay, schauen wir mal, dass wir mit dem Wingsuit so weit wie möglich kommen. Wenn AJ hier hochkommt. Jawohl. Scheiße, wie soll ich hier hochkommen? Okay. Hoffentlich kommen wir weit genug. Dass wir nicht so viel latschen müssen. So. Sorry. Hier können wir mit dem Enterhaken weiter. Finde es trotzdem irgendwie cool, dass sich immer noch Leute anschauen, obwohl Farquay so lange schon draußen ist. Finde ich richtig nice. Danke. Wo, wer jetzt nochmal einen aktuellen Stand wissen will. Mit dem Video wollte ich ja ein Beweisvideo hochladen. Das Problem ist, ich kann ums Verrecken dieses nicht hochladen. Das heißt, ich kann mein Ticket, welches ich halt gestellt habe, Ticket eben meine Anfrage, dass da irgendwas nicht stimmt, kann ich nicht mehr aktualisieren. Ganz, ganz komisch. Also als ob die mich davon abhalten wollen, dass ich nochmal was schreiben kann. Ähm, ich habe jetzt mir überlegt, dass ich einfach ein neues Ticket eröffne. Dann beschweren die sich zwar wieder, aber vielleicht sehen die dann endlich ja, ich hatte wirklich nichts dafür, dass das nicht funktioniert und brauche wirklich einen neuen Season Pass. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Es tut mir leid, dass ich euch so lange damit zulabere, aber wenn ich dafür zahle, verlange ich dann auch dementsprechend, äh, das für was ich gezahlt habe. Also, da lasse ich mich nicht runterkriegen bei sowas, auch wenn es länger dauert. Obwohl es echt eine Frechheit ist, also, Wahnsinn. Noch was, was ich sagen will, ähm, ich habe mir The Witcher 3 bestellt und werde das auch let's playen. Also wer da, äh, Interesse hat, äh, kann gerne mal reingucken. The Witcher 3, also, habe nur sehr, positive Sachen von dem Spiel gehört, soll mega geil werden. Ich informiere mich immer sehr, sehr gut, bevor ich mir ein Spiel kaufe. Das hier, das mit dem Season Pass ist, konnte ich natürlich nicht ahnen. Aber, genau, wer da mal zuschauen will, ist gerne dazu eingeladen. Die Videos werden so, gleich nachdem ich das Spiel habe, kommen. Also, vielleicht sogar ein bisschen von Release, weil ich bestelle meine Spiele immer dort, wo es ein bisschen früher kommt. Und, genau, schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Genau, und ihr könnt natürlich mir auch dann mal schreiben, wenn ich das Spiel zocke, was ich dann machen soll als nächstes beispielsweise und dergleichen. Obwohl ihr sowieso nie in die Comments schreibt, aber ich sag's immer wieder. Ich will's halt mal gesagt haben, genau. Tschüss, meine Lieber, ich hab mir gehört. Tschüss, mein Lieber, ich hab mir gehört. auf jeden Fall werde ich mir so schnell keinen Ubisoft Season Pass mir kaufen außer also oder naja wenn ich ihn im Store kaufe denke ich mal wenn es weniger Probleme geben fickt euch doch einfach nur wobei die Typen da schon meine eigenen Typen fahren nichts haben der die Härte gewesen die Spaßten ich habe auch noch nie diese komische Hilfe angefordert einmal oder so aber das ist richtig dämlich bringt eigentlich gar nichts schwachsinnige Idee so sind wir nicht mehr weit entfernt boah bin ich müde alter Scheiße aber wer sich vielleicht ja halt die Fresse was wollte ich gerade sagen shit ach so äh ja ähm wegen deinem Leid wer sich wundert dass da nichts mehr kommt und es ist natürlich keine Seltenheit dass bei mir mal irgendeine ganze Zeit lang gar nichts kommt das liegt daran dass da Franky zurzeit sehr beschäftigt ist mit seinen Vlogs und wenn er mal nicht beschäftigt ist mit seinen Vlogs wir nicht die Zeit finden zusammen zu zocken wir wollen wir dann schon zusammen das Spiel beenden aber wer da geduldig ist wird auch bald wieder neuen Content bekommen vielleicht ist jetzt sogar schon ein Video oben ich weiß noch nicht aber ich habe ja jetzt noch zwei Folgen die jetzt die ich noch freigeben muss das heißt zwei sind schon noch nicht in diesem Moment hochgeladen wo ich das hier mache aber genau ich evakuiere niemanden nur weil du es sagst ja mach das scheiße hier kannst du das in den Sniper über oh shit wir schicken eine Patrouille zu eurer Position oh shit ja ich bin da einfach nur reingestimmt gegen Gestörter scheiße versuchen wir sie mal von hinten anzugreifen yo 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 das Toll des Todes ich evakuiere niemanden nur weil du es sagst wir haben verfehlt ich wiederhole verfehlt hast du gefühlt? halt die Fresse Sabal hol die Männer da raus ich werde bestimmt nicht aufgeben ich werde bestimmt nicht aufgeben äh hoho krass genau in der Explosion weil ich schiess ich werde bestimmt nicht aufgeben krass hat sogar gezählt der Schuss yeah naja HA LALALALALALALALALA Hallo eine granate werfen oder raketenwerfer oder sowas so ja da oben ist er doch jawohl ja ja chill mal was sind denn die anderen gegner alle scheiße ich wurde gesehen fast scheiße da habe ich jetzt verfehlt ja du auch du bist gleich nur noch ein weiterer toter hoffentlich geht der einen komm schon klin jawohl schöner leopard zurück artillerieeinheit agni wir schicken eine patrouille in die position sind sie denn die zippel hallo scheiße wo ist der nächste komm schon komm schon hoher weg ist er der zippel das war das letzte wo bleibt die hilfe wir sind gleich bei deiner position nicht selbst ins geschütz rein das würde die sache doch vereinfachen machen so aj jump naja das geschütz geht auch ich hatte mir er das hätte vorgestellt oder ok das ding reicht vollkommen aus ich hätte fast abgeschossen ich dachte es wäre ein gegner am anfang die sind zerlegt hat ja toll hat es gar nichts gebracht Jetzt habe ich die Pionier selbst zerlegt. Jetzt habe ich die Pionier echt selbst zerlegt. Scheiße. Jetzt habe ich die Pionier. Jetzt checke ich zum Beispiel, ich dachte dann zum Beispiel, dass die Mission da einen Fehl schlägt, wenn die Pioniere verrecken. Ich habe sie selbst aus in die Luft gejagt. Sind wir auch Idioten, ey. Sie sich einfach verpissen. Stehen sie mir dann noch im Schussfeld rum. Hä? Scheiße. Na komm schon. So, da sind wir ja. So, legen wir mal das Ding hier hin. Jawohl. Und zündet dann den Sprengstoff. Warum erst dann? Ja, halt die Fresse. Wo ist dann der Depp? Komm schon. Niemand wird jeder eine Leiche finden. Ja, wo läuft denn der rum? Ich habe es mir so gut, was ich mir vorstellen kann. Oh! Ich finde es so geil, diese Takedowns auf dem Jump. Niemand wird jeder eine Leiche finden. Das wäre auch geil, so ein Parcours Far Cry. So, ich... Da ist da immer noch einer. So, wo ist der letzte? Die müssen doch langsam alle gewesen sein. Komm schon. So, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Fuck. Boah, hoffentlich verrecke ich jetzt nicht. So, Mission beendet. Jawohl. Das war's. Du bist in Sicherheit. Ohne dich hätten sie Utkarsch dem Erdboden gleich gemacht. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel sie dir verdanken. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach... Ja, soll das heißt, da war eine Kugel reinjagen. Okay, das war's mit der Folge. Ciao! Ja. Ciao! Tschüss! Ciao! Ciao! 待'